Schaut mal, das ist die Salah-Wüste, wenn sie unter Wasser steht. Das ist unser Jeep. Und so spiegelt sich der Himmel in dem Wasser der Wüste. Normal sieht es nur so aus, ganz weiß. Und so spiegelt sich alles. Wir wollen nicht wissen, wie unser Guide unser nächstes Hotel finden will. Wir haben jedenfalls die Orientierung verloren.